Einen schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Willkommen im Kino. Es war ein schöner Tag sicher, wie Sie gewesen, teilweise auch auf der Arbeitsstelle. Eine schöne Zeit verlebt und nun hier im Kino endlich den Tag ein wenig Revue passieren lassen. Und dann gemeinsam mit anderen Menschen zusammen einen Kinofilm schauen. Das ist eine schöne Sache. Und ich möchte nun einen Film vorstellen, der heißt Montana Sacra, also der heilige Berg. Von 1973, von Alejandro Jodorowsky, ein russischer Filmemacher, der in den USA ausgewandert ist. Und auch in Paris lebt und dort von Croissants lebt. Der Film ist total surreal und hat mich damals, als ich 20 war, ziemlich beeindruckt. Also 19 Jahre war ich da. Dann bin ich ins Kino gegangen, als er ins Deutschland kam. 1974 ist er dann nach Deutschland gekommen. Und dann habe ich mir den angeguckt. Und nachher habe ich überhaupt alles vergessen. Und deshalb würde ich sagen, schauen wir uns den nochmal an. Mal sehen, wie der so ist. Danke. 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 Danke.